Ich kann mich jetzt ganz in die Hand. Danke, Lämmi. Nein, du magst nicht. Also so viele klättelige Kläppen auf einmal haben wir schon noch nie zu sehen. Ich habe noch einen Tag in die Hose hoch. Ich bin schon an. Wenn du dich wieder besser schlitzst, können wir jetzt endlich weiter an den Augenweißen. Ich gehe dann jedenfalls noch dazu. Aber vergiss nicht deinen Aschboden aufheben. Du brauchst mich. Alter! 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 Ja, aber er will das sehen. Nathasia? Die Anastasia? Papa!